Looping, von Englisch Loopschleife, Schlinge, wird eine Figur des Kunstfluges genannt. Es handelt sich dabei um einen vertikalen Kreis aufwärts oder abwärts. Schaut, zeigt, der Pilot beim Looping mit dem Oberkörperradial in das Innere des Kreises spricht man vom Innen Looping, schaut er hingegen aus dem Kreis heraus vom Außen Looping.